Jetzt bin ich schon 27. Ich wollte immer anders leben als die anderen. Und jetzt führe ich genau das gleiche Leben wie sie. Aber ich liebe immer noch den Applaus und den Jubel des Publikums. Ihr Lieben, ich starte nun meinen Livestream. Das war's für mich. Ganz genau. Ich bin Mask Girl.